Herzlich Willkommen zum Market Talk. Ich bin Roland Vogt, Marktstratege von InvestCH. Mit mir im Studio ist Vivian Sparnberg von der Bank von Tobel und Rafata Tschuri, Chief Investment Officer von Larema. Wir sprechen darüber, welche Chancen sich an den Märkten bieten und mit welchen Werkzeugen man die umsetzen kann. Wir duzen uns der Einfachheit halber. Vivian, was ist dir die vergangene Woche bei den Marktaktivitäten aufgefallen? Die Marktaktivitäten letzte Woche waren eigentlich schon relativ gleichgewichtet. Die Investoren haben sich sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite hier positioniert, vor allem in Hebelprodukten. Die Anlageprodukte haben sie immer noch ein bisschen gemieden, nicht so schlimm wie zum Beispiel im Mai oder Juni. Da ist der Anlageseite schon relativ wenig investiert worden. Aber hier hat man schon gesehen, dass Long- und Shorts sich relativ gut ausgeglichen haben, aber doch eher auf der Day-Trader-Seite. Also sie haben eigentlich ihre Position am Ende des Tages dann geschlossen. Also du merkst, dass die Umsätze schnell gehen, dass die Positionen wieder zurückkommen, dass das Trading-Positionen sind. Hat es denn jetzt heute am Montag da schon etwas Veränderungen gegeben? Die Erholung läuft jetzt schon weiter? Also am Montag war es noch nicht so ersichtlich, was jetzt los ist oder wie die Positionen sind, weil der Tag ist noch nicht gelaufen. Aber es scheint schon ein bisschen positiver zu sein als jetzt Anfang Juni beispielsweise. Gegen Ende der vergangenen Woche haben die Märkte etwas an Trittsicherheit zurückgewonnen. Der Abwärtstrend scheint kurzfristig am Rande seiner Leistungsfähigkeit zu sein. In den Kurzgrafiken zeigen sich die üblichen Anzeichen einer übersättigten Situation. Wir sehen das beim DOX, S&P, auch beim SMI. Unsere Modelle gehen davon aus, dass wir eine Erholung sehen, so in der Spannweite 5 bis allenfalls 8 Prozent. Mir persönlich ist es ja schon etwas mulmig im Markt. Aber beim Kaufen ist das ja bekanntlich auch besser als Euphorie Rafa. Wie ist deine persönliche Einschätzung jetzt zu den Märkten, so im Mehrwochenbereich? Also wir haben das auch wahrgenommen, dass die Abwärtsdynamik in den Aktienmärkten sich erschöpft und erschöpfte letzte Woche. Wir denken aber, dass wir noch nicht ganz aus diesem Tumut draussen sind. Wir denken, das war jetzt erstmal ein erster Schritt, der primär Liquiditätsgetrieben war, diese Korrektur in den letzten Monaten. Wir sehen aber durchaus auch dunkle Wolken aufziehen bezüglich der wirtschaftlichen Aktivität, was die einbechen könnte, was dann zur Folge hätte, dass die Unternehmensgewinne stark zurückkommen würden. Also wenn ich das richtig verstehe, du gehst jetzt davon aus, dass so eine Erholung kommt, aber dann auch wieder neues Thema, was neuen Druck auf die Märkte verursacht. Ja, genau. Also ich denke, die Rezessionswahrscheinlichkeit ist sicher sehr stark gestiegen und wir sehen das auch an den Inputpreisen, wie hoch der Druck auf die Margen der Unternehmen heute ist und dies wird einen negativen Effekt auf die Unternehmensgewinne haben. Und ich denke, dass dies könnte jetzt Teil zwei dieser Korrektur führen. Vivian, wie ist dein Gefühl jetzt bezüglich dieser Erholung? Was siehst du da so als Thema kommen? Also schon ziemlich schwierig. Gerade wenn man sich den Euroraum anguckt, ist natürlich auch die Ukraine-Krise hier im Fokus. Wie Rafa auch schon gesagt hat, viel. Die Unternehmensgewinne werden unter Druck geraten. Es gibt nur wenig Unternehmen, die ihre Preise anpassen können. Also eigentlich auch die Lieferkettenengpässe oder die Rohstoffpreise weitergeben können. Da wird es schon das eine oder andere Einbruch wahrscheinlich kommen. Und an dem Sinne warten jetzt einfach auch viele auf die Erholung. Sie wollen jetzt auch langsam wieder diesen Bullenmarkt einfach sehen, die sie auch jahrelang gekannt haben. Aber die Korrektur war auch irgendwie notwendig, weil der Markt halt immer nur gestiegen ist. Erholung auf der Trading-Seite sieht man jetzt vielleicht so ein kleines bisschen. Aber man muss erst mal abwarten, wie es weitergeht. Ja, da wird es dann spannend, wenn die Halbjahresergebnisse kommen, ob da die Erwartungen wirklich erfüllt werden oder ob da dann größere Enttäuschungen kommen. Ja, das würde dann auch für dein Szenario irgendwo sprechen. Also ich denke, so in ein, zwei Wochen wird es bestimmt wieder sehr interessant und angespannt werden an den Märkten. Ja. Vivian, wie hältst du es denn eigentlich mit dem Bitcoin? Der wäre ja jetzt ja zu Schleuderpreisen zu haben. Ja, Schleuderpreise sind richtig. Anfang des Jahres ungefähr 50.000, jetzt bei 21.000. Also da kann der ein oder andere Investor, der vielleicht mal gewartet hat, jetzt doch zugreifen und den Dip hier kaufen, wenn nicht noch einige andere kommen. Am Endeffekt sind Bitcoin-Investoren schwarz und weiß zu sehen, wenn man es einfach mal so sagen darf. Es gibt wirklich Euphorie auf der einen Seite, die Bitcoin-Kurse von 200.000 ausrufen bis Ende des Jahres und dann gibt es welche, die sagen, der ist morgen weg. Und so sieht es halt bei unseren Investoren beispielsweise auch aus. Es gibt halt die, die Short gehen und die Long gehen im Bitcoin. Und hier sieht man schon, dass es relativ große Community auch gibt. Aber man sollte vielleicht nicht nur auf den einen Bitcoin gucken. Es gibt auch andere Kryptowährungen, die auch gerne gehandelt werden oder eben was dahinter steckt. Also beispielsweise Ether geht es ja eher um Ethereum, also ums Netzwerk oder auf die Blockchain an sich. Das ist schon interessanter und das versuchen viele Leute eben unter dem Überbegriff Bitcoin eigentlich immer zu fallen. In etlichen institutionellen Portfolios hat der Bitcoin ja erstaunlicherweise so Anfang vergangenen Jahres war es auch Einzug gehalten. Man hat sich davon versprochen, dass man eine Diversifikation hat, dass der nicht korreliert mit fallenden Aktienpreisen, besser läuft wie das Gold und auch bei fallenden Anleihen nicht mitmacht nach unten. Jetzt haben wir aber genau das Gegenteil gesehen. Was sagst du dazu, Rafa, von der institutionellen Seite? Und ich denke, es ist zu früh, um ein abschliessendes Urteil über Bitcoin zu fällen. Wir können aber feststellen, dass die Use Cases, die Bitcoin nachgesagt wurden, sei es als Zahlungssystem, digitales Gold, die Inflationsschutz etc., dass die eigentlich nicht funktioniert haben. Auch die Diversifikation im Portfolio ist nicht gegeben. Bitcoin verhält sich eigentlich wie ein sehr hoher Leverage-Play auf die Aktienmärkte, insbesondere die Technologieaktien. Von daher ist die Einschätzung etwas schwierig, ehrlich gesagt. Tendenziell können wir ein Potenzial ausmachen, aber die Zeit ist einfach noch zu kurz. Wir haben einfach jetzt zehn Jahre. Aber was wir herausgefunden haben, ist diese Distributed Ledger-Technologie funktioniert. Von der Sicherheitsthematik her hat sich der Bitcoin eigentlich bewährt. Die Frage ist, was können wir damit wirklich machen. Und was das Ganze noch erschwert, ist, dass es ein hochemotionales Thema ist. Ich denke, es war sehr getrieben von einer unglaublichen Spekulationswelle in den letzten Jahren, von der Gier. Und ich denke, diese Welle muss einfach mal zuerst gebrochen werden. Und dann können wir uns das Ganze in Ruhe wieder anschauen, wofür der Bitcoin allenfalls gebraucht werden kann. Aber so weit ist es ja im Augenblick noch nicht, dass da wirklich die Welle gebrochen ist, oder, Vivian? Nein, also ich glaube, es gibt viele, die eben dieses Schwarz-Weiss-Denken haben, die wirklich positiv, die sich auch wirklich damit auseinandersetzen und auch versuchen, viele andere Leute eben zu educaten und sagen, hey, hier, das ist nicht nur Bitcoin als Spekulation, sondern man kann es auch da und dafür nutzen. Ich glaube, es sind in den letzten Jahren immer mehr geworden. Und es sind doch viele, die eben über die ganze Blockchain oder was halt dahinter steckt, mal ein bisschen genauer drauf schauen. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Also mir scheint einfach auch, das ist viel Ideologie dahinter. Und irgendwie alles, was dann irgendwie funktionieren sollte, tut nicht. Stablecoin, auch so ein Thema. Ja, gut, wir leben ohnehin eine Zeit, der vieles ideologiegetrieben ist. Und nicht unbedingt pragmatisch. Ja, das stimmt. Jetzt, vor allem während den vergangenen zwei Monaten, haben wir ja immer wieder gesehen, die Börsen sind gefallen und dann wird die Ukraine oder Putin, wird als Grundfall der Aktienkurse herangeführt. Jetzt, wenn ich so richtig zurückschaue, die Märkte haben, die meisten Indizes haben schon im November, Dezember getoppt und sind längst gefallen, als da die Ukraine zum Thema wurde. Wie siehst du das Ganze so? Also liegt das wirklich nur an der Ukraine oder haben wir da tiefergehende Probleme? Ich denke, wir haben durchaus tiefergehende Probleme. Die Ukraine-Krise verschärft diese Probleme noch. Das heisst zum Beispiel die Energiekrise. Macht sie visibel, ja, ein bisschen. Visibel, aber leider dient es natürlich auch gut als Ausrede. Ich denke, es ist natürlich immer praktisch, wenn man einen externen Schock als Begründung hinstellen kann und nicht Verantwortung für das eigene Missmanagement übernehmen muss. Ich denke, wir haben in den letzten 14 Jahren, sind es inzwischen seit der grossen Finanzkrise 2008, 2009, haben wir eine enorme Missallokation von Kapital gesehen aufgrund der zu tiefen Zinsen weltweit oder insbesondere in den westlichen Ländern, Industrienationen. Und dieses System nähert sich einfach dem Ablaufdatum. Stürzt der Euro bald ins Bodenlose? Vor zwei Wochen konnte es sich vom Referenztief, das wir im Dezember 2016 gesehen haben, gerade noch einmal nach oben lösen. Auch im Augenblick hält diese Erholung immer noch an. Aber eben, Erholung ist Erholung. Und meiner Ansicht nach sieht es aber darüber hinaus betrachtet eben nicht gut aus. Im Mai hat es jetzt noch etwas geklappt. Ein Tipp nach unten, Erholung. Und jetzt eben vor zwei Wochen auch nochmals. Aber was denkst du, Rafa, wird bei der nächsten Druckphase, wird die Barriere da fallen nach unten? Nun, die Frage ist immer gegenüber, welchem anderen Wert. Grundsätzlich hat der Euro sehr grosse strukturelle Probleme. Die hatte er schon seit seiner Gründung. Ich kann mich erinnern, als ich damals gerade bei der Chris Weiss begonnen hatte, wurde der Euro eingeführt. Und da haben die Ökonomen damals klar dargelegt, dass der Euro eigentlich strukturelle Probleme hat, aber dass diese gelöst werden würden, weil der Euro nachher die Länder, insbesondere an der Peripherie im Süden, zwingen würde, strukturelle Reformen durchzuführen. Nun, diese strukturellen Reformen sind nie erfolgt. Im Gegenteil, ich denke, heute ist die Situation noch schlechter, weil es nun diese aufgebräte Brüsseler Bürokratie noch gibt. Aber auf der anderen Seite sind natürlich die Schuldenstände, die Bestände und Schulden sind viel höher, als sie vor 20 Jahren waren. Also der Euro ist eigentlich in einer unglaublich schwierigen Situation und würde jetzt wirklich sehr fähigen Personals bedürfen, um diese Probleme zu lösen. Dieses Personal ist aber leider nicht vorhanden. Wie wir, wenn man jetzt genug Bedenken haben muss, dass wir jetzt zwar so eine schöne Phase haben noch, vielleicht ein, zwei Wochen im Euro, aber dann auf einmal wieder Druck draufkommt und das Thema halt dann wieder ganz hochkocht. Wir haben ja vor zehn Tagen eine Krisensitzung gesehen von der EZB. Was kann man da machen als Investor, damit man da nicht ins Messer reinläuft? Also entweder, wenn man wirklich Angst, sage ich mal, vor Euro hat, komplett sich aus dem Euro halt raushalten und eben in Schweizer Franken investieren oder in Dollar, wenn man da irgendwie besser aufgestellt ist. Wenn man jetzt eine Euro-Position hat, kann man sie absichern in Short-Produkten, also entweder mit klassischen Short-Warrants oder mit Mini-Futuren, auf das Währungspaar dann an sich, also dann eben Euro-Dollar oder Euro-Schweizer-Franken, der gewinnt dann an Wert, wenn der Euro zum jeweiligen Referenzwert fällt. Vivian, ich weiß, Tesla war ja lange Zeit ein super beliebter Wert, um zu traden. Gilt das im Alltag immer noch? Wenn man sich mal die letzte Zeit anschaut, ist Tesla immer noch oben mit dabei, aber Platz 1 in den Aktien hat die CS übernommen in den Hebelprodukten. Die CS. Aktuell ist DAX natürlich immer noch ganz oben bei, aber spekulativ ist wohl eher eben die CS gewesen, die UBS oder auch Roche. Tesla ist Platz 4, wenn man sich mal das anschaut. Platz 4. Aber mich wundert, dass da Tesla immer so hochkocht und so aktiv getradet wird, weil es ist ja doch kein europäischer Wert und Fremdwährung. Und dennoch... Man sieht gerade in Hebelprodukten dadurch, dass sie eben in Schweizer Franken handelbar sind, sich aber auf US-Werte beziehen, ist es doch relativ einfach für Investoren darin zu investieren und eben bei Tesla ganz vorne mit dabei zu spekulieren. Die haben natürlich große Schwankungen und wenn jetzt nicht ein Indy-C bevorzugt wird oder eben eine CS, die auch relativ volatil war in den letzten Wochen, kann man dann eben zu Tesla greifen und das machen viele Investoren. Okay, gut. Jetzt, wenn wir uns den Preisverlauf anschauen von Tesla, da sehen wir jetzt eine glatte Preishalbierung innerhalb von sechs Monaten. Auf Invest.ch ist heute eine neue Expertise zur Aktie zu Tesla erschienen über den Link und dann kann die kostenfrei abgerufen werden. Vivian, welche Produkte gibt es denn jetzt um... Bei Tesla, wir sehen da so jetzt eine Bodenbildung, aber so richtig eingehängt nach oben hat die noch nicht, dass man da nach unten so etwas abgepolstert wäre, aber wenn es dann nach oben losgeht, doch dabei ist das. Was kannst du da anbieten? Klassisch gesehen immer mit Hebelprodukten. Da muss man natürlich aufpassen, gerade weil Tesla relativ volatil ist und sich auch schon mal ein bisschen zurücksetzen kann wieder, kann man entweder Mini-Future, wo ihr Stop-Loss ein bisschen weiter unten ist oder sehr weit unten ist, hier traden. Man kann auch noch schopikulieren, dass sie vielleicht doch noch anders fällt. Also man kann short oder long gehen in der Tesla-Aktie mit Hebelprodukten oder man setzt zum Beispiel auf einen klassischen BRC, also auf ein Anlageprodukt, wo die Barriere relativ weit unten ist. Man kriegt meistens einen relativ hohen Coupon bei Tesla, weil sie eben volatil ist. Hier ist aber man gedeckelt bis zum Strike dann. Schön. Gut. Rafa, hast du eventuell noch einen Geheimtipp für die Märkte? Also ich weiß, Geheimtipps, die besprechen wir nachher. Aber vielleicht doch etwas Spannendes. Ich denke, wir leben eine Zeit mit sehr vielen tektonischen Verschiebungen und Strukturverschiebungen. Und ich denke, jeder Investor muss sich wirklich fragen, werden die nächsten Jahre ähnlich sein wie die letzten fünf oder die letzten zehn Jahre? Und wir gehen davon aus, dass es mit dem nicht so sein wird. Und ich denke, der Investor wird da sehr aufpassen müssen, dass er sich auf der falschen Seite befindet. Vielleicht ein paar Beispiele hierfür. Ich sehe mal das Energiethema. In den nächsten Jahren sollten sich Investoren wirklich überlegen, in Volkswirtschaften zu investieren, die über genügend Energie verfügen, und zwar zu einem vernünftigen Preis. Da gehört zum Beispiel Europa mehrheitlich nicht dazu. Auf der anderen Seite haben wir auch im Währungsbereich grosse potenzielle Verschiebungen auf dem Radar, wie zum Beispiel im Euro Schweiz. In den letzten Jahren hat die SMB eigentlich mehr oder weniger die Geldpolitik der EZB übernommen und den Schweizer Franken an den Euro gekoppelt. Wir sehen jetzt, dass dies nicht funktioniert, denn die Schweiz hat eine ganz andere Volkswirtschaft und der Zinsschritt der SMB könnte ein möglicher erster Schritt sein, wieder eine eigenständigere Zinspolitik zu betreiben in der Schweiz, was dann aber zu einer signifikanten Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber Euro führen sollte. Sehr interessante Überlegungen. Vielen Dank Rafa und vielen Dank auch Vivian. Besten Dank Ihnen fürs Zusehen. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann bitte noch einen Daumen hoch. Vielleicht abonnieren Sie auch noch den Kanal und empfehlen uns weiter. Bis zum nächsten Mal hier. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.